Herzlich Willkommen zum nächsten Let's Play von League of Legends. Ich spiele Darius auf der Top-Lane. Ich weiß, manche haben mir gesagt, ich soll Darius nicht spielen, aber ich spiele ihn jetzt einfach. Ja, wird auch kein Guide, es wird einfach ein Let's Play Together. Mit dabei ist Ali903, der Andreas mit Lee Sin im Jungle. Hallo! Eine Ash als Adikari und Annie sofort und Katharina auf der Mid-Lane. Und im Gegnerteam haben wir Vega Mitte, Drain Adikari, Dr. Mundo auf der Top-Lane, Soraka Support und Udi im Jungle. Okay, 13, 14, 15, 16, 17, okay. Ähm, ja, ich starte dann einfach mit Dorans, oder? Hm, Dorans schild oder Klinge? Dorans schild. Ja, würde ich machen. Und ich komme dann. Ich komme dann, ich mache meine Runde, dann kommt... Oh, nee, warte, 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 das will ich gar nicht, ich will das Wort und Ding. So, warte. Ja. Cutter, warum Dorans? Komm schon. Keine Ahnung. Maner, maner Regeneration auf Cutter, OP, komm schon. Aber es bringt halt auch noch 60 Leben. No, nicht in vain. Ich habe keinen Bock auf in vain. Du hast 81, okay. Also Dr. Mundo hat 1300 normal Wins und... Spiel einfach so, als ob du ihn nicht kennenlässt und wie viele Wins er hat. Wir haben die, ach so, Udi. Udi könnte aber auch bei Rap mal starten, das weißt du. Aber erst... wer? Die Katharina. Okay, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ich gehe so low in vain. Das nennt man nicht in vain, das nennt man zum Rap-Buff-Geh. Die machen aber nicht wütend. Ja, komm, ich bin auch da, Cutter, das nennt man ja. Das nennt man ja. Ähm... Was? Oh, cool, die Bottele hilft nicht. Oh, doch die Annie hilft ein bisschen. Du kriegst wahrscheinlich eine Queue von Cutter und... Ich bin so scheiße. Ich hab grad drei Creeps verpasst. Ich bin so scheiße. 1. Und ich bin so etwas. Ich bin so . Okay, Mundo 79 Adi. Mach den eine Fehler. Aber... Ich komm dann. Bald hoch. Der ist auf jeden Fall ein Level frei. Mein Führ ist scheiße. ich habe meine Befehle Geil ist ja wie eine Creep auch nicht bekommen wir haben Udi und sagen ach ich hasse Udi einfach nur man hört den Klick und zwar nicht laut ja man Kittschmerzen Kittschmerzen da muss ich jetzt sagen da hat die Katte gut reagiert die hat gesehen dass sich um Probleme hat mit dem und ist sofort gekommen das fand ich sogar ich gehe noch kurz meinen Red Buff machen weil ich habe nämlich das Gefühl dass da bald ein und Kater mit Blubuff OP stimmt Kater ja ja ich hab ja extra den Fassblatt gelassen ich bin denn noch gewinne ich ergingen so schön nicht wie lange Kittschmerzen Lager ein ich mache noch kurz 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 auf ach so ja ja so viel der mensch macht jetzt auch ich kann trotzdem hoch das bringt aber nichts ich kann ich mal ich kann den gängen und dann okay gut dann kann der hier ein bisschen aber den großen möchte ich wenigstens noch bekommen ja klar ich kann den dann ran ziehen ok wann jetzt warte warte jetzt und haben und ist verkehrt wenn ich mich ich habe auch ich muss es sein ich bin ich bin ich nur zu bleiben Fuck my luck, I can't... Was? Shumpu under my grave. Fuck die Lurchen. Warte, mein PC, der Rausch hat schon wieder... Ich hasse das Wolf. So sind wir da... Naja, Farmen tue ich jetzt. Das ist ja cool. Ups. Was war? Hast du da für mich geworden? Da ist es noch mein Gott. Ich hab gewartet. Alarm Arschmunder hoch. Achtung, oh, der kommt. Ja, 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 ich bin schon mal von mir. Okay, gut, ich geh jetzt erstmal weg und hol mir dann... Alle nur Wards. Okay, ist wieder weg. Egal, einfach nur Wards. Der sagt, macht wahrscheinlich gerade irgendwie meine Geister oder so. Warte, ich kaufe mir jetzt nochmal zwei Wards. Äh... Randeln? Komm ich hol jetzt einfach mal Rüstung. Prinz über Rüstung gegen den macht er nicht magischen Schaden. Ja, ich hab schon. Mal nach der Lorte. Das heißt, mein Gott ist ein kleiner Minion OP. Hm... Das ist richtig. Ähm, ja, okay, nein, ich denke ich komm da noch nicht mehr. Schon der will 6, ich hab 35 Keeps und der hat 27. uns okay es ist es geht man es gibt es jetzt wo du ziehst ich bin mal weg Menschen mit Brust was haben die Wege zu mal kommen ich weiß nicht mehr holen hinterläger Alter, komm Ich bin auch wirklich okay, Sniper Ich hab hier einfach Q Ja, aber die fliegen immer perfekt durch eine Minionsville Ey, ich find's übel wie, ähm, na, Soraka Nein, fightet nicht, eins gegen eins Doch, ich wollte eigentlich so eine Ulti raushauen Und, hat der Ulti gezündet? Ja, ne? Nein, sonst wird er voll läuft Oder fast voll läuft Ich glaub, der hat einfach einen Höhepunkt eingesetzt Das könnte auch sein, ich hab aber noch nicht hingewiesen Ey, 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 ey Na, Welger mit Louis, oh, fuck, ey, guck mal, der hat Kelch der Harmonie Hat seine scheiß Passive Und noch Blubuff Am Arsch Ach, komm Jetzt farmt er die ganze Zeit nur mit seiner Q Ähm, wo war Öl das letzte Mal? Ich toleriere keine Feigheit Ich hab's grad dabei nicht Ähm Ähm, ja, ich glaub, er hat jetzt gewordet Mach keine Fehler Oh, der war bot Ah, scheiße Ich glaub, ich hab meine Weh auf dem Minder gemacht Alter, was ist das? Oh, Katharina, man ist ja kommen Ich werde nicht rum Und die hat Blubuff Okay Was ist meine Okay, gut Und Ja, ja Ich toleriere keine Feigheit Grab Ja, gut job Komm Ja Ich glaub, die Ulti war ein bisschen zu früh, aber Möchtest du die Wettbuff haben? Nee, nee, war perfekt, sonst hättet ihr die nicht gekillt Aber ich denke, ich hätte ihn auch alleine bekommen Und jetzt hätte er nur ne Q drauf gemacht, also Oh, Genia, es geht hier, oh dear Ach, der Chaos-Banier antwortet endlich Oh, nochmal, what? Ich hab hier aufgeladen Ich hab hier aufgeladen Ich hab hier aufgeladen Und das ist alles gut Oh, ich glaub, ich sollte mir dann endlich mal Schuhe kaufen Alter, ich bin echt ein Level höher als Ash und Annie Ich habe meine Befehle Ja Ja, okay Die Botline, die rauscht da eigentlich gar nicht Ja Annie 3-2-1, ja Das erinnert mich irgendwie an Sean, der hat auch irgendwie alle Kills bekommen Mein Ziel ist klar Oh, jetzt hat er 100 AD und hat 400 AD Ja, okay, ich hab mehr Rüsseln als der Ich weiß nicht, ob Rüsseln wir bringen Aua 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 Ich möchte doch nur fahren Oh, er pusht grad schön Willst du dann nochmal auf die Top-Rain kommen, obwohl ich momentan keine Probleme habe Ähm, klar Also natürlich, du musst nicht, aber momentan hat er glaub ich nicht gewartet Und, 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 und? Den großen kriege ich Pffff G-Gegner wurde getötet G-G Alter, komm ich ich muss nun ich komme es hoch ja okay am Arsch okay ich möchte es nicht nein du flamst nicht du freust dich das ist nein ich wollte eigentlich gerade was schreiben aber das hab ich mir doch gelassen so jetzt kann ich mir auch endlich die Puls kaufen OP Tower Dive ey also es ist peinlich muss ehrlich sagen ja sie haben zwar meinen Flash rausbekommen aber ja ich fand ich war wert war wert wie der Sifatier ist immer schreit ich toleriere keine Freiheit ich hab ihn gar nicht mitbekommen dass er gekommen ist weil ich hab mich schon gewundert warum der Munde auf einmal so aggressiv war aber naja ich habe meine Befehle ich fand's auf jeden Fall geil oh danke Wayne ich bin ich bin auch steht was macht man durch ihren und sagt Mundus und guter Wünsche und er dann zu sein ja ich freue mich. Teilweise ist Half-Life. Ähm, ach da kommen ja gerade schon wieder neu hin. Okay, gut, ich kann gerade nicht mehr hin. Pfff, what the fuck? Okay, Top-Tower dürfte weg sein. Okay. Ey, ne, bitte, gib dem Mundo keine Kills. Okay, wie bestellt der? 1, 3, okay, geht's dann. Oh, da ist ein... Hallo, mein Süßer. Cool, ich gewinn 1 gegen 1 gegen 2. Nein, 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 ja. Ähm, ich wollt's nur so mal ankündigen, ne? Also für diejenigen, die jetzt mein Video hier sehen. Ich werde demnächst ein Timo-Let's-Play machen. Also bitte nicht disliken oder playen. Das ist ein Wunsch-Let's-Play. Oh, Annie? Ey, möchte... Oh nein, da ist Mundo, Hilfe! Verdammt, Scheiß, ich bin am Arsch. Nein! Na! Filter! Oh! Okay, ich dachte du bist am Arsch. Nein, ich dachte nicht am Arsch. Jetzt bin ich anderer Meinung. Ey, geil, da war ne Pinkbrot drinne. Meine, meine, meine. Extra Gold, extra Gold, ja. Hallo, meine, das ist so. Wollen wir uns später noch treffen. Haha. Geil. Dankeschön, Katharina. Ich muss ja noch danken, warte. Und jetzt... Karsten... ich weiß, die Pfeifen, die Pfeifen, das war nicht damals vieler. Ich will das jetzt mal gerade überwurteilen. Ich will das jetzt mal tatsächlich, der Mann ohne Grunde... hier kann das jetzt nicht sein. Ich will das jetzt mal nicht sein. Es ist es schon so beschäftigt. Ich bin zwar nicht immer mehr und für die Mann ist gut, die Pfeifen, ich weiß nicht mehr, ich will das jetzt nicht mehr so gut tun, die Pfeifen, ich bin da noch nicht mehr als ab als bitte kommt die Gitarre zu den Tiefelstuhl um und Prozent Elter das ist der Nusszack ich möchte wenn ich mich nicht nur mit dem ersten Punkt das bei mir irgendwie immer so dass wir mit meinen Leben es ist ein bisschen und freilich für Sport das mag ich ganz wichtig ich bin auf dem Weg als meine das soll in einem neuen Wendel spot das ist tot nicht gesehen k k k die am besten erst mal weg nein, ich geh nicht weg, ich hab wenig Leben nein, nicht rein, nicht rein, natürlich springe ich rein hallo? oh, unser wird noch getroffen ach, verdammt was macht der ein ein ich habe auch normalen Ender gemacht in der Schaden im 5 heute haben wir eine adn ja, okay gar nichts erneut um sich bei einer Pau ich hab nicht getroffen ich habe mich schon ich bin ich muss jetzt mit welchem Zweck umsonst Nordberg er schaut schon Klinge der Endlichkeit Okay Lol wie schafft der Mondo das genau durch diese Min�� durch Ich mein das ist sowieso nie so das ist das ist was das macht so bei mir irgendwie auch scheiße meine Toplaid nein das macht so 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 nein meine Toplaid wird von Minutes von äh wir sind in der Zeit der Schilder reihe 1 1 1 4 die Lohrung 1 in der Kulti jetzt sind es um eine Top-Linze so jetzt gehen woher dieser Schaden die Schilder Meinst du von dir oder von dich? Was? Der Schaden, du hast ja gesagt, boah, dieser Schaden. Ja, von mir der Schaden natürlich. Och Annie, das ist mein Farm. Obwohl ich keinen Farm bekomme. Kata! Ja, okay dann. Wehe, die Stilte. Noll, was macht die denn, die Annie? Loll, nein. Er hat mich getrollt. Verdammt. Okay, aber der Vega macht jetzt nicht gerade sonderlich viel Schaden. Da ist da der Udyr. Komm schon, jetzt schafft es. Sack, Säcke. Ja. Shit, wie echt? Oh yeah. Böhm, baby. Tja. Und sogar noch Flash raus. Vega und noch Flash. Okay, ich split pushen noch ein bisschen. Verdammt, ich hab keine Ahnung mehr. Oh, danke. Die safen mich immer, das find ich so geil von denen. Ja, das ist aber auch sehr gut. Okay, ich geh back und... Alter, 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 alter. Der Rina steht 9-1. Tja, die, die kann die wenigstens spielen. Nicht so wie ich. Oh fuck. Es gibts dazu, dass ich die nicht spielen kann, das... Oh. oh sie hat mich gechelt. Woher? lol Andreas hat getötet. Kein Wunder. Ok, ich wehe diese scheiß Aufnahmen und hat jetzt nicht gecaptured. Also wenn ihr das natürlich seht ihr auf YouTube, dann hat es natürlich gecaptured. Wenn nicht, dann reg ich mich gerade unnötig auf. Oh, er hat eine Ulti. Oh, kitzel ich. Was ist mit Klinge kaufen? Klinge, das gesturzt dann Colnex. Warte auf mich. Stun den doch, komm schon. Ja, tue, 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 tue. Nein. Hast du noch Ulti? Ja, natürlich habe ich noch Ulti. Dann mach nochmal. Und? Nochmal. Leute, über die Wall. Ein schießwürdiges Mundo. Mein, was? Mein Gott. Ich dachte, das wird schießwürdig. Okay, ein wertwürdiges Mundo. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hilfe. Ich brauche Hilfe. Oh mein Gott. Jetzt teilt ihr einfach so mein Farmer. Ich brauche keine Hilfe mehr. Alter, ich bin so geil, man. Ich habe den meisten Farmen aus dem Game. Ich habe einen richtig geilen positiven Score. Was will ich noch mehr? Ja, ich möchte jetzt einen Schlumpf. Eine Freundin. Schlumpf. Arsch, ich habe meinen Draven, okay? Das ist mein Bruder. Mein Draven. Ja, Draven. Und da wird ein Bruder. Ja, sag. Ist so. Ist so. Das heißt, im nächsten Game brauche ich einen Draven. Oh, mich so fick. Nein, ich sag nicht. Ich sag nicht. Oh, Wayne hat 1,9. Oh, die ist gut. Die hat eigentlich richtig positiv. What the fuck? Why can you ult? Mein Ult hat... ...Range. It's called Range. Ey, Katharina hat einen Penis gemalt. Oh. Ey, guck doch mal in den Chat. Über dem ist sie unterwegs. Das ist ein richtig geiler Penis. Die hat Kunst. Die sind wirklich Humor. Die sind für Kunst. Das ist ein Penis. Ich habe noch nie einen Penis gesehen, oder? Nee, geht ja gar nicht. Ich hasse. Klappe. Was? Na, ich bin mir nicht ganz sicher. Was? Du bist ein Junge, deswegen müsstest du theoretisch einhafen. Oh. Fick dich, Sven. Wow, er wurde resettet. Mach keine Fehler. Fatsch. Der gegnerische Duba wurde resettet. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du kommst mir ans Farmen ran. Denk klar. Denk klar. Verräg. Verräg. Hör mal. Hör mal. Hör mal. Hör mal. Hör mal. Ich weiß, dass der Arzt ist unterwegs. Ich toleriere keine Feigheit. Oh, da ist Rain. Das Rain. Das Rain. Ah, scheiße. Das ist aber so wacker. Wollen wir rein? Oh, lol, Annie geht da rein. Okay, die hat keine Probleme. Und? Ich komme. Ich wollte dich retten. Meins? Und? Nein! Fick dich. Fick dich. Meins? Nicht du, nicht du. Lole, komm, mein Penta, mein, Penta. Slowin! Vierfache Tötung. Jetzt habe ich meine Beatbox-Skills. Warte, welche? Nein. Nein, warte, ich sag doch welche. ich bin ich bin stolz es recht ich spiele normalerweise nie so ich bin ja normalerweise nicht so die toppe diese quadraten das macht wer hat eigentlich mein pender gestealt ich hab am anfang den mundo gestealt das passiert mir aber immer so ne immer wenn ich ein quadro oder so mache dann hat mir vorher einer den pender gestealt also eher gesagt nicht gestealt aber genommen das finde ich immer ganz depressiv äh deprimierend ich hab grad vier fach so oh mein gott dieses scheiß piech ey aber er kann sich der schorn ja dann auch später anschauen ich kann mal elli ich kann mir am tischten ey nee was töten die denn da ich bin drüben ich weiß es ist ich kann mir meine süße und rauf Ego ist auch nicht reitert kannst dann doch jetzt ist es und zu tun was solltet die Gegend der drüben läuft bei sich ja läuft man nicht nur für mich immer von der Sieg um einstürzt und sie machen scheiße Städte zu zu kurzem und ein Spielsitz nicht mehr und dann allein in der Geräte nicht hin und es bringt nichts zu stimmen die Sterne mit tisch die Saison gegeben wir haben die Tür gespielt haben sie gehört Nee, im Radio. Ich hab dich im Radio gesehen. Ich hab dich im Fernsehen gehört. Das kann man eigentlich nicht steigern oder so. Du weißt ja was ich meine damit. Was steigern? Ja, also es gibt keine andere Form davon. Ich hab dich im Radio gesehen. Man kann ja nicht sagen, ich hab dich im Fernsehen gehört. Äh, bitte meine Topline, Frau Hilfe. Wir brauchen eine neue Wendel. LOL. Und? Tot. Nee, noch nicht ganz. Fast aber. Ich komme, ich komme. Oh, nein, ich komme. LOL, LOL. Darius Ambulanz ist auf dem Weg. Oh, drauf. Ja genau, lass mich, lass mich, lass mich im... Es tut mir leid. Fick dich, ey. Der, guck mal was. Fock, geh doch mal bitte auf. Hallo, ich gehst zu Fleisch, mal auf Baker. Und nicht auf. Ja, und die ist eh tot. LOL, und die ist die jetzt? Am Arsch. Ich schaue nur. Ich habe meine Befehle. Darius Ambulanz ist auf dem Weg. Warum Darius Ambulanz? Warum nicht? Ich dachte, du wolltest es Handfeier holen. Ja, wollsch ich eigentlich noch. Hast du Randdoings noch? Nein, leider nicht. Nachdem kommt dieser Spacko. Egal, ich habe wieder es ist. Der Sack, Herr, frech. Danke. Die sollte ich dir entfinden. Solange ich nicht sterbe, ist mir eigentlich alles recht. Was wird, der Existenz, der Marte oder Hydra? Hydra. Hydra. Alter, so soll es eigentlich im Rank laufen. So läuft es bei Vorkademie im Ranked. Warte, jetzt baggeln wir nicht ganz. Backe, backe, Kuchen. Der Witzer hat... Nein. Das habe ich ja auch geworden, mein kleiner Munde. Mein Ziel ist klar. Window. Nein! Und so gefällt. Gigi. Ich komme mit. Ich komme mit. Ich komme mit. Ich komme mit. Nein, nein. Ich komme doch nicht mit. Du aus dem Mundo. Ein schießwütiges Mundo. Eine Frage. Wie kommst du auf schießwütig? Keine Ahnung. Ich habe das gesehen bei anderen YouTuber. Da war so ein... ein... ein wildes Dehner in freier Wildbahn oder so. Ja, oh, oh, und noch getroffen. Und noch getroffen. unten noch es gibt so langsam muss ich sagen ob die wände ein bisschen spaß auftreten ich hielt es mir bei mir oder wo um ein gott die sagen die wollen mich jetzt nicht wirklich ganz durch fischen lassen schlicht schweifst du bleib wachsam auch komm schon ich tönte dich ich hab's gesagt wer hat's gesagt ich hab's gesagt ich und wer machte sie nicht ich sterbe dankeschön das war aber nicht nötig komm 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 noch ein bisschen näher noch ein bisschen näher ey warum rennt ihr nicht weiter ich find das unfair ich finde ich moralisch nicht korrekt moralisch nicht korrekt ja ähm wollt ihr nicht mal auf den mundo gehen okay aua okay ich muss back gehen und ich hab keine mana mehr ich ich versteh's nicht was oh pass auf du bist nein wir kriegen die alle lowlife aber töten wir nicht ne ist dir auch gefallen ich hab mir jetzt noch einen Post wenn ich noch dazu komme oh nein 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 ich bin auch schon auf dem weg aber eigentlich habe ich dann gesehen dass du kommst wie wofür das macht er denn gerade er schreibt kaken nein das ist auch Gottes ist aber das ist richtig geil ne also neulich habe ich so ein Cinch Game recordet und dann irgendwann habe ich sie abgefunden weil es so scheiße stand weil ich so gefeadet habe und dann später ich sagte ich hatte ein comeback also ich stand 010 080 und dann habe ich einen Assist bekommen und dann habe ich gesagt okay das Leben kann so nicht weitergehen ich muss jetzt Kills machen und da habe ich einen Kill gemacht und der Wichser denkt er wäre alleine komm wir gehen einfach auf den Tower oh nein wir gehen auch nicht mehr weißt du weißt du Lutschmann oh nein wie haben die meine Ulti gequittet ey am Arsch Doktor Ambulanz ist auf dem Weg an nein ich darf ja gar nicht Doktor sagen das ist es nicht Doktor das ist ein Ambulanz das ich 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 habe auch vorhin das muss vor allem mit dem waren das ist richtig es ist richtig eins da man auch mal um und das was ich bin ich mache es nicht ich habe auch fast gemacht Echt? Die mag man auch? Ja. Ich brauch 3300 Gold. Okay, hab ich gleich. Komm, ich möchte den Tower bekommen und... ...meinen Tower. Alter, was finischt ihr denn? Ist doch egal. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Gott, ich hab schon wieder keinen Mauer. Egal. Oh nein! Nein! Hat das Mundo eigentlich so schnell? Nein! Verdammt! Ich bin tot. Ja, die kennen mich. Nein! Am Arsch! Ich will ihn jetzt nicht. Wie auch? Was denn auch? Ich will mir jetzt wirklich was da mal kommen. Ich bin jetzt wirklich auf die Welt noch. Da ist es. Es kann man. Ganz ehrlich, die töten mich einfach ohne... Grund! Guck mal, wer der meisten Farben hat, Stefan. Am Arsch, ey. Ich muss nicht mehr Farben. Nein, endet das bitte. Please. End das. Nee, also, er schafft das nicht. Nein, nein, die Karstfahrt ist kann. Oh, aber sie macht schon ganz schön. Hitz. 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 Städte dazu sollte man auch sieben verweisen vor uns in der Ruhr so oft drei Stück auf der Welt ein Punkt so und ich bin jetzt nicht die Städte das stand so gut und jetzt bin ich noch nicht nur ich bin es noch nicht mal ein Blutrauch nicht Ambulanz in Berlin er kann man die Minutes für das Land Köln der Marke Neukölln im Arsch ist die Salle in der Zeit Achtung an die Kommission ist nicht für das Nein! LOL! Und die steal'n mir alles! Aber es ist mein Spaß. Ich hab ja nicht so Spaß. Fangen wir mal an einen Higitor. Ey, ney! 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 Ja, Double Surrender! Double Explosion! Warte, warte! Oh, und! Oh, Gigi! Nice game! Ich warte jetzt noch den Surrender, äh, den gewonnen zu machen. Ja, ich bin ruhig. Ja, ich hab da gesagt, ich fange mich. So, und das war mal wieder ein richtig geiles Game. Richtig geiles Gameplay von mir auch. Nein, der eine Tod, der war unnötig. Das muss ich selbst zugeben. Und mein Hund, der bellt schon wieder, ey. Das fackt ab, egal. Also, ich danke euch fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Let's Play von League of Legends. Ach, eines muss ich noch sagen. Ähm, es kam jetzt ziemlich wenig in der letzten Zeit hoch. Und das liegt einfach daran, ich hab einfach wenig Zeit. Wir sind gerade um umziehen. Sieht man auch vielleicht an den Facecam-Videos. Und, ähm, naja, egal. Wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Tschüssi! Tschüssi! Vielen Dank.